Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Play Darksiders. Ich begrüße euch. Ja, und falls ihr den letzten Part gesehen habt, dann wisst ihr vielleicht noch, dass wir uns hier zu diesem Raum und auch zum dritten Kristallschwert bis scheint Zugang verschafft haben. Und jetzt werden wir versuchen, trotz ungemütlicher Gesellschaft, dieses Schwert an uns zu nehmen und dann seinem rechtmäßigen Besitzer bzw. dem Platz zuzuführen, wo es auch hingehört und damit hoffentlich, hoffentlich endlich einen großen, großen Schritt näher an Tiamat rankommen. Ja, von daher auch eigentlich schon genug gesagt. Weiter geht's mit Darksiders. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ich hab so überhaupt keine Lust hier. Oh mein Gott. Are you serious? Au, 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 au. Das hat schon mal... Nicht geklappt, wollte ich sagen. Ja, bleibt genauso. Fuck. Uh. Wollte nur sagen, bleibt genauso stehen. Fuck. Und tschüss. Jawohl. So. Soviel zur Nummer 1. Und tschüss. Ja. So. Wir haben das Kristallschwert und können jetzt weitergehen. Oh fuck. Ja. Soviel dazu. No, 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 no. ich bin vergiftet. Ich würde sagen, ich eigne mich hier. Und ich muss jetzt erstmal hier die kleinen da wegkriegen. Denn ich glaube, dieses Ding muss ich tatsächlich Nein, 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 so war das nicht gedacht. Au, 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 au. Oh, das sieht nicht gut aus. No, 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 weg, 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 weg. Also diese Giftattacke ist wirklich sehr nervig. Oh, Gott. What? What? Seriously? Oh. Oh, 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 oh. Da ist es ausweichen ohne Ende. Oh. Oh, no. No, no, no. Oh, fuck. Oh, oh. Leute, das sieht nicht gut aus. Oh. Oh. Ihr wisst schon, dass zwei gegen eins dezent unfair ist, ne? Das ist euch aber schon klar. Help. Anybody. Dope. Oh, good lord. Nein. 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 oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, no. Ey, ich kann dieser scheiße. Pff. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, sperrt mich ein. Danke. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, das wird doch wieder nichts. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Gah. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. So, ich muss versuchen. Aus dem Radius. Ja, 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 nein, nein, nein. So, und jetzt weg hier. Damit er gar nicht zu seiner komischen Giftattacke hier kommt. Shit, das war so eigentlich auch nicht gedacht. Ja, ganz ehrlich, liebe Leute, das habe ich jetzt auch schon festgestellt, das ist... Boah! Wow, wow, wow. Ja, super, das war's schon wieder. Alter. Ey. So, und, go home. Oh, my God. So, was ist das jetzt? Oh, God. Holy shit. So, die nehme ich auch noch mit. Oh, God. So, Speicherpunkt, sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt hier zurück und endlich dieses Schwert abliefern. Puh, das war knapp, nervig und, ja, überhaupt, ganz ehrlich. So, jetzt müsste ich nur noch wissen, wo war das nochmal? Dann wäre ich, stürze jetzt hier ab und muss das Ding nochmal machen. Dann könnte ich aber auch ganz sicher sein, dass ich einen Cut machen werde. Oder würde. Oh, my God. Das war mal richtig nervig. What? Aber, ja, es müsste eigentlich hinterher abgespeichert worden sein. Was war das denn? Ja, sehr gut. Warum ist der... Naja. Wie auch immer. Oh, no. No, no. Oh, my goodness. Spiel, ich hasse dich. Manchmal. Ab und zu. Ich dachte, ich stehe auf der anderen Seite. So, und jetzt bitte. So. Ach, geht doch. Das war merkwürdig. Ganz ehrlich. So. Okay, warte mal. Wo bin ich jetzt? Achso, ja. Ich denke, ich weiß wieder, wo ich bin. Genau. Und hier sollten wir jetzt dann wieder zu diesem Raum mit den drei bezaubernden Statuen kommen. Oh, yeah. There we are. So. Und jetzt werde ich das Schwert noch einsetzen. Nicht, dass jetzt hier gleich der Boss... Äh, der Boss... Was habe ich heute? Nicht, dass der Bosskampf jetzt hier gleich kommt. Oder einer davon. Dann würde das eine 30 Minuten Aufnahme, wenn nicht länger. Ach, egal. Ähm, jetzt habt ihr doch lange darauf warten müssen. There we go. Take it. It's yours. Oh, oh. That doesn't look good. Up we go. Oh, yeah. Oh, yeah. Die... Oh, das sieht schon gut aus. Oh, okay. Und diese Tür ist jetzt offen. Sehr schön. Auch wenn die Musik etwas... Hallo? Ist hier irgendwas schon? Nein? Ach, das finde ich natürlich sehr schön. Denn, dann werde ich jetzt hier einen Cut machen. Und das nächste Mal weiterspielen. Bin sehr gespannt, was mich erwarten wird. Wahrscheinlich einmal mehr nicht Tiamat. Ich sollte sie eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Irgendwann kommt sie schon. Ja, und ich hoffe, ihr hattet trotz dieses Fails einmal mehr. Eigentlich waren es ja zwei, drei, vier. Ein bisschen Spaß in diesem Part. Und würde mich natürlich freuen, wenn ich euch wieder begrüßen dürfte, wenn es heißt Let's Play Darksiders. Und bis dahin wünsche ich euch wie gehabt. Einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.